In diesem Video möchte ich dir heute sagen, was für einen Spaß das macht. Diese Möglichkeit zu haben, mit seinem Körper sowas hier zu sehen, mit seinen Augen, zweieinhalbtausend Meter, dreitausend Meter Berge zu besteigen, die Natur zu genießen, die Vielfalt wirklich zu erleben und die einzige Möglichkeit, das zu genießen, ist ein gesunder Körper. Und in diesem Video verrate ich dir, wieso ich denke, fühle und erlebe und an meinen Kunden sehe, dass Hit The Beat und Workletics eines der allerbesten Workouts sind für dich, für dein Leben, für deine Kinder, für deinen Geist, für deine Seele. Mein Name ist Peter, ich bin der Gründer von Hit The Beat und Passion to Business, bin dreifacher deutscher Meister und mittlerweile haben wir über zweieinhalb, knapp dreitausend Trainer, Hit The Beat Trainer und Trainerin weltweit ausgebildet. Und heute möchte ich dir sagen, was diese Besonderheit, was ist eigentlich dieses Besondere an Hit The Beat, Hit The Beat und wieso ist es so nützlich für dich? Wieso ist es so effektiv? Und der Grund, was ich dir hier mitteilen möchte, ist, siehst du gerade die Vielfalt der Natur? Also siehst du das? Ich muss dir gar nichts erzählen. Guck dir das mal an. Ich stehe hier über den Wolken, jede Wolke ist anders, da hinten siehst du den Mond. Es gibt nichts Schöneres hier auf diesem Planeten, diese Erde, diese Vielfalt. Und daher muss, das sollte dein Anspruch sein, dein Körper diese Vielfalt auch leben. Nicht nur hoch, runter, hoch, runter, Squats, Planks halten und einfach immer nur länger halten, mehr Wiederholung. Dein Körper, guck mal, wie ich mich bewegen kann, knicken das Bein über Kreuz, tack, was alles möglich ist. Ja, ein bisschen holprig hier gerade. Aber diese Vielfalt in deinem Körper, wenn du deinen Körper vielfältig bewegen kannst, bist du auch in der Lage, dein Körper, dein Leben vielfältig zu gestalten. Und ich habe Sport studiert und habe diese ganzen Workouts gesehen und wie die Leute trainieren. Und ich sehe, sie machen immer dasselbe. Immer dasselbe. Und wenn sie Tanzworkouts machen, dann tanzen sie. Aber tanzen ist nicht Fitness. Schwitzen ist nicht Schwitzen. Um mit Leichtigkeit solche Berge hier zu bekleben, musst du vorher gearbeitet haben. Du musst mehr als nur gerannt sein. Du musst mehr als nur ein bisschen Squats gemacht haben. Und bei Hit the Beat geht es in die Horizontale, in die Waagerechte, Seitlage. Und du merkst, das rechte Bein kann nach links und dann das zweite nach links. Du wirst kreativ. Kreativität ist auch die Sprache der Seele. Das heißt, durch die Entwicklung, die du täglich mit deinem Körper erlebst, arbeitest du auch mit deiner Seele zusammen. Du wirst kreativ. Deine Fantasie wird angereichert. Wo wird das gemacht? Bei vielen Workouts geht es immer nur um höher, schneller, weiter. Wo ist die Musik? Die Musik läuft nur im Hintergrund. Die Menschen können sich nicht mal zur Musik bewegen. Bei Hit the Beat bewegen wir uns zu Musik. Wir fühlen, wir spüren die Musik, den Körper mit jedem Schritt, mit jedem Beat. Wir lernen, die Musik zu erleben. Wir lernen, uns vielfältig zu bewegen. Und wenn ich mir andere Workouts gucke, da kommen die schweißgebadet raus. Und dann packe ich die mal in einen Hit the Beat Workout. Und das erste Mal in ihrem Leben spüren sie Muskeln, wo sie wussten, dachten, die haben sie gar nicht. Muskelkater am ganzen Körper. Warum? Weil Hit the Beat so aufgebaut ist, dass du jeden Teil deines Körpers erleben sollst. Die Bewegungen sind vielfältig, sind kreativ. Und dazu die Musik. Wie siehst du das Ganze? Denkst du, du kannst einfach durchs Leben gehen, wenn dein Körper einfach schwach ist? Wenn du rumrollst? Wenn du Übergewicht hast? Wenn du einfach mal ein bisschen auf dem Stepper rumläufst? Wenn du ein paar Squats machst? Dazu gehört viel mehr. Viel mehr. Du musst auch mal lernen, durch den Schmerz zu gehen. Die Beine brennen. Welches Workout ist ein Workout, wo mal die Beine nicht brennen? Die Schultern nicht brennen? Die Unterarme nicht brennen? Die Waren nicht brennen? Da hast du kein Workout. Da läufst du einfach nur so ein bisschen durch die Gegend. Das ist Fake. Willst du Fake sein? Oder willst du dich herausfordern? Willst du dich über dich hinauswachsen? Willst du ein Vorbild sein für dich selbst? Für andere da draußen, für deine Kinder, für dein Umfeld, für deine Familie? Dann zeig das. Trau dich mal in so einen Hit-the-Beat-Kurs. Und das Geile an Hit-the-Beat ist, die Leute, die Trainer oder die App, die holt dich dort ab, wo dein Leistungsniveau aktuell ist. Und das Besondere ist, wiederum, du bleibst da nicht auf diesem Leistungsniveau, um dich auszuruhen. Meine Philosophie ist, dass man sich täglich immer wieder neu herausfordert. Seinen Körper vor neuen Herausforderungen bringt. Damit du erlebst, auch Resilienz aufzubauen. Weil das Leben ist nicht einfach. Das Leben wird aber einfacher, je stärker du bist. Mit dir selbst. Mit deinem Körper. Wie du dich fühlst. Und möchtest du dich frei fühlen? Jeder will Freiheit, aber keiner will was dafür tun. Aber wenn du Lust hast, etwas jetzt in deinem Leben zu verändern. Wenn du dich frei fühlen möchtest. Beweglich. Beweglichkeit ist auch ein Gefühl von Freiheit. Von Möglichkeiten. Möchtest du ein Leben voller Möglichkeiten, dann trau dich. Stell dich der Herausforderung. Stell dich mal deinen Ängsten, falls du mal welche hast. Und Angst vor diesem Workout hier hast. Tu es. Weil hinten raus lohnt sich das Ganze. Siehst du, ich bin hier diesen Berg heute hochgegangen. Und das ist Luxus. Das ist Frieden. Das ist Zufriedenheit. Und wenn dich das motiviert hat. Wenn du Lust hast, ein Workout kennenzulernen. Das dich durch die Musik an deine Grenzen bringt. Das dich durch die Bewegung an deiner Kreativität arbeiten lässt. Wenn du deinen Körper wirklich spüren lernen möchtest. Wenn du dieses Gefühl erleben möchtest, was ich spüren kann. Diese Zufriedenheit. Diese Vielfalt. Diese Freiheit. Dann komm zu uns. Unter diesem Video findest du jede Möglichkeit, weitere Workouts auszuprobieren. Klick einfach auf den Link unter der Beschreibung. Probier die App aus. Wenn du Bock hast, über die Trainerausbildung zu sprechen. Wenn du dieselbe Philosophie wie ich verfolgst. Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu erkennen. Ihren Körper zu erkennen. Ihren Körper wieder anfangen zu lieben. Ihr ein Vorbild zu sein. Dann bist du bei uns genau richtig. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn du Bock hast, schreib gerne in die Kommentare, was du spüren möchtest. Was du vielleicht schon auch für Erfahrungen gemacht hast. Als du Hit The Beat ausprobiert hast. Als Trainer oder als Teilnehmer. Lass uns gerne im Austausch bleiben. Lass ein Like und ein Abo da. Let's go. Let's walk this motherfucking world. Pete R. Let's go. Much love. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Let's go. 5, 6, 7, 8. Let's go. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8.